Ja, natürlich, der ist doch ganz lange gefahren. Da ist so eine Pappe drin und die saugt es auf und es ist überhaupt nicht schlecht. Alle, du super süßer Schlumpf, du. Also alle, die da angestellt sind, sind mir nicht geblieben. Alle unsere Hundefreunde sind tolle Menschen. Ja, das ist so. Also auch die zwei, die heute...